flugschmiermittel was haben wir denn hier helios forschungsdaten ok was haben wir denn hier strahlmittler das sehe ich ja jetzt erst schande über mich war verfeuert jetzt ein kontinuierlichen energiestrahl ab der beim ziel raschen und präzisen schaden verursacht schaden über zeit entspricht dem bad der basiswaffe querschläge magazinkapazität um 20 prozent wenn spezial munition aktiv ist wenn das aktuelle magazin ist werden 5 prozent gesundheit abgezogen und das magazin wird aufgefüllt plasma feuert ballistische plasma bolzen ab die beim aufprall detonieren und eine zusätzliche explosion in der waffe auslösen laden sie die waffe auf um mehr projektile abzufeuern nicht schrotflinten waffen wenn schilde schlachtwelthilfs modus jetzt weiß ich immer noch nicht kett kett Das sieht schon cool aus, ne? Achso, ich brauche alles davon. Aber es sieht schon echt gut. Und das Ding ist auch echt gut. Dann kann ich mich lange auf dem Feld halten. Erfolgreich erforscht. Ich mache das jetzt einfach. Ich bin so dreist. Bei der Erforschung von Waffen und Panzerung werden deren Baupläne dem Entwicklungsbildschirm hinzugefügt. Wo die... Erbe plus? Verbesserungsslots vier Stück? Ach du Scheiße. Wisst ihr, was wir machen? Erforderliche Stufe 40. Holy moly. Will ich so einen richtigen... Ich mache so eine Mischung. So eine richtig schöne Mischung. Verteidiger. Give me pink. Hier will ich ehrlich gesagt noch nichts reinbuttern. Jetzt musst du mir mal aber wirklich sagen, wo... Warte mal. Sturmgewehre. Was haben wir denn hier? Zyklon. Irgendwie habe ich da keinen Bock drauf. Sidewinder. Ghost. Valkyre. Oh ja, hier habe ich nicht so viel. Schrotflinte. Torkin. Torkin. Zalkin. Zalkin. Das Lanat übersetzt Aufseher ist ein Cat-Präzisionsgewehr. Ach, das hier ist komplett Cat. Sweeper. Pow. Könnte ich theoretisch... Das Ding ist eine Energiewaffe. Ganz ehrlich, ich hätte schon Bock, das auszuprobieren. Könnte ich mir denn ein Stufe 5 Ding leisten? 25, 265. Wir machen das einfach. Ja. Ja, es wird nix. Schade. Ist egal. Kryo-Handschuhe? Also das ist wahrscheinlich so eine Nahkampfwaffe, ne? Entwicklung. Prost. Oh, jetzt kann ich das auch noch so mit... Oh, Kinders. Oh, das wird cool. Wartet. Wartet, 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 wartet. Das wird richtig cool. Das will ich da rein? Waffe verschießt jetzt ein Elektrostrahl. Haben wir hier auch den Granatwerfer? Nein. Nein. Brust betäubt... Achso. Betäubt Nahkampfangreifer mit elektrischem Schaden. Ja. Aufrüstung 2% aller Effektdauer. Biotikkräfte. Biotikkräfte. Ja, ich habe eher Tech-Kampfaufladetempo. Energiemodell. Zack, haue ich das auch noch mit rein. Dauerverlängerungs für Verbrennung. Tonischer Multiplikator. Kräftestärke. Komboschan. Wisst ihr was? Ich nehme noch das mit rein. Reliktpanzer. Ja, komm, wir nehmen das. Handwerkskunst. Wir haben so viel von dem Zeug. Waffensturmgewehr. Guckt euch das mal bitte an. Ich kann... Ich kann die Matok herstellen. Und die Avenger. Da hätte ich gar nicht diese Reliktwaffe brauchen. Ich habe sowieso zu wenig V. Was ist V? Vanadium. Kann durch Aufklärungsposten entdeckt und mit dem Nomad abgebaut werden. Ist außerdem bei bestimmten Händlern erhältlich. Vanadium. Wisst ihr was? Ich werde mir nochmal die Matok bauen. Allerdings Stufe 5. Ich will das ausprobieren. Oh, Alter. Herstellen. Ja. Da. Kybernetische Implantate. Was kann ich beim Nomad? Oh, Hau, Hau, Hau. Drehverwalt. Kann ich jetzt einfach alles machen und den Nomad hier richtig hart upgraden? Verbesserte Lebensalte. Verbesserte Lebensalte. Das kommt da rein. So. Wir gehen nochmal kurz runter. Aufzug in die Slums. Oh, da habe ich drauf gewartet. Oh, da habe ich drauf gewartet. Da habe ich jetzt drauf gewartet. Die Matok kommt hier rein. Warte mal. Mit. Größeren Magazin wäre es am besten. Magazingröße. Zack. Zack. Stabilität. Maximal Munition, Größe und Feuergeschwindigkeit. Stabilität Präzision ist hier auf jeden Fall schon arg geil. Durchschlagsschaden. Sturmgewehrschaden. Das Ding ist eigentlich schon echt geil. So. Wählen. Die Matok 5 und Rüstung. Keine Mods verfügbar. Wuhu. Das könnte jetzt echt gut werden. Schade, dass ich nicht. Aber wir haben eh kein Vanadium. Ist schade drum. Und bei dem anderen, das finden wir mit Sicherheit noch. Aber dieses Relikt-Tag. Das hätten wir ja nie gefunden. Und es sieht halt auch echt gut aus. Ich finde dieses Leuchten dabei schon. So cool. Heppah. Ich glaube aber von diesen Cat-Schultern werden wir uns so schnell nicht trennen können. So. Tipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptip. Der Nomad. Man soll ja nicht sagen, dass ich nie was bauen würde an dem Ding. Es heißt, sie hätten in den kroganischen Rebellionen gekämpft. Ich weiß, dass ich da im Gesicht meines jugendlichen Aussehens schwer zu glauben. Niemand hat am Ende dieses Krieges gut ausgesehen. Außer den Asari. Sie haben sich nicht die Finger schmutzig gemacht. Kann es irgendwie sein, dass die beiden sich ständig in der Wolle haben? Habe ich hier das Gefühl oder fährt der jetzt leichter hier hoch? Ich brauche gar keinen Bums. Ja gut, vertikaler Schub. Es dämmert so ein bisschen. Man sollte auch schon wissen, was man... Oh, das ist so cool. Ich hoffe mal, wir können von dem noch ein bisschen was rausquetschen. Ich will nicht unbedingt hier jeden umlegen müssen. Elaine. Können Sie mal sagen, wie Nights Plan lautet? Ihre Mutter scheint Pläne zu haben. Mama hat immer Pläne. Im Moment einen ziemlich großen. Mehr können Sie mir nicht sagen? Tut mir leid. Merkur ist ein heikles Thema. Ich wünschte, ich könnte. Merkur. Ich muss gehen. Nochmals danke. Merkur. Klingt wie ein Codename für das, was Night vorhat. Dadurch kann ich alle relevanten Daten schnell finden. Durchsuchen wir Nights Konsole und finden wir heraus, was sie vorhat. Merkur. Sicherheitsprotokolle gehackt. Ruf alles mit dem Vermerk Merkur auf. Dateien gefunden. Merkur. Ein Schlag zur Verhinderung künftiger KI durch Zerstörung sämtlicher Quantencomputer auf der Nexus. Verdammt. Man könnte diese Computer zwar zur Herstellung von KI einsetzen, aber im Moment steuern sie die halbe Station. Viele könnten sterben. Wir müssen Night aufhalten. Sofort. Aber unauffällig. Okay? Nights EMP Geräte finden. Sollen die hier sein? IMP Geräte im öffentlichen Bereich finden. IMP Geräte in der Kommandozentrale finden. Ich gucke lieber alles nach. Ich will hier nicht scannen. Das erweckt nur... Missgunst, sag ich mal. Ich will die Typen hier nicht unbedingt alle umlegen müssen. Nicht wegen der Dame. Okay. Scheiß. Ich würde fast sagen, dass da oben diese rot leuchtenden Dinger... Mein Scanner hat den KI-Detektor ausgelöst. Ich kann das als Fehler tarnen. Aber wenn es nochmal passiert, könnte es Aufmerksamkeit ermiegen. Vielleicht gibt es einen anderen Weg, um herauszufinden, was Night vorhat. Falls sie uns genug Zeit lässt. Das ist aber auch hier. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das hier ist. Scanner darf ich nicht benutzen. Hätte ich eigentlich von Anfang an auch drauf kommen können. Feuerwehr Nights IMP Geräte für den IMP Geräte im öffentlichen... Sabotage-Versuch. Nutzen Sie Ihr Vertrauen, um der Operation der Hacker auf den Grund zu gehen? Auf der Nexus? Oh oh. Ja gut. Dann müssen wir nochmal zur Nexus. Wohl oder übel? Wiederherstellung von Gesundheit. Ja gut. Dann machen wir halt. Nächstes Mal. Cora. Wir haben ja Zeit. Easy peasy. Und so. Geht es jetzt erstmal zurück auf die Nexus. Weil wenn das Ding hoch geht, ist die Nexus glaube ich vollkommen am Arsch. Ich will es nicht beschwören. Aber gut ist definitiv was anderes. Zur Tempest. Bada Bada Buuu. Bada B. Bada Bähqui. Bada Bada B. Bada 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 B